Groß ist ein dickes Herz für diesen Mann, dessen Herz vertehrt ist. Ja, und wenn ihr genügend E-Mails an Farin Urlaub schreibt, darf ich vielleicht auf der nächsten Tour auch gemeinsam einen Bus mit den beiden fahren. Muss nicht immer trampfen. Dankeschön. Vielen Dank, dass wir nach wie vor nur zur Rupan-Party anbaut haben. Das war noch unser letzter Eindrückstreif von uns. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kuhn nach Hause. Ein frohes Fest, guten Rutsch, frohe Hochstatt, den wir uns schon hier haben. Farin Urlaub im Jahr 2012, weil er letztlich etwas gesagt hat. Ja! Ja! Kommt gut nach Hause! Kommt gut nach Hause! Kuhn gut nach Hause! Heute bin ich es ja gewohnt, aber du? Ja, wenigstens mal verlassen, ne? Hier, noch ein Lippe an, dann machst du das schon, ne? Ich hätte mich mal auf Augenhöhe. Dankeschön. Ich hätte mich mal auf Augenhöhe. Und der Lippe an! Willst du festkommen? Okay. Du meinst, bei Volken gehalten? Ich weiß nicht. Echt? Ja! 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 Danke! Vielen Dank.